Herzlich willkommen zum Academy Talk hier aus der WONINVEST Academy und wir sprechen heute über den Sport. In Zeiten von Corona ist der Profisport systemrelevant. Es findet im Moment die nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Es gibt die Fußball-Bundesliga, die Champions League. Es gab die Handball-WM in Ägypten und in vielen Bereichen sind einfach die Jobs nicht möglich. Kunst und Kultur schaut seit über einem Jahr in die Röhre und auch in anderen Bereichen ist aktuell an kein normales Arbeiten zu denken. Wir sprechen mit zwei interessanten Gästen, die auch schon sehr viel erlebt haben in ihrer sportlichen Karriere und schauen zunächst auf einen Mann, der in den letzten Jahren über zehn Titel gewonnen hat mit seinem Verein zuletzt im vergangenen Sommer die Fußball Europa Champions League gewinnen konnte. Im Oktober ist er dann zum Hamburger SV gewechselt. Viele Jahre auch im Trikot des VfB Stuttgart. Wir freuen uns auf Sven Ulreich. Rund plus eckig ist gleich nicht gut. Eine simple Gleichung für einen Torhüter. Und die hat Sven-Ulle Ulreich schon im Alter von fünf Jahren gelöst. Damals startet der gebürtige Schorndorfer seine Karriere als Fußball-Torwart. Erst beim TSV Lichtenwald in Esslingen, dann bei der Jugendabteilung des VfB Stuttgart. 17 Jahre hat es der 32-Jährige beim VfB ausgehalten und neben etlichen Spielen auch den goldenen Handschuh gewonnen. Für alle nicht Fußball-Affinen eine Auszeichnung für den besten Torhüter des Turniers. Hat ihn vielleicht die strahlende Macht des Goldhandschuhs geradewegs zu seinem Job beim FC Bayern München befördert? Man weiß es nicht. Jedenfalls ist er dort fünf Jahre lang neuer Ersatz. Also Ersatz für Manuel Neuer. Bis ihm die Ersatzbank zu unbequem vorkommt und er lieber die Schulbank drücken will. 2017 beendet er sein Fernstudium zum Sportmanager und wechselt im Oktober 2020 freiwillig in die zweite Liga zum HSV. Na dann, Schiff, ähm, Tor, Ahoi! Und wir sagen, herzlich willkommen Sven Ulreich. Hallo, moin. Ja, moin. Klappt schon gut. Gut angekommen? Schon in Hamburg seit Oktober, jetzt beim Hamburg SV? Ja, ich habe mich gut eingelebt in der Stadt, also was man momentan machen kann. Es sind sehr viel zu Hause, aber auch die Spaziergänge an der Alster sind sehr, sehr schön und wir haben uns gut eingelebt als Familie. Eine grandiose fünfeinhalb Jahre beim FC Bayern mit, ja, nach dann im Sommer nochmal dem Champions-League-Titel ein Sahnehäubchen obendrauf. War es schwer, diesen Schritt zu gehen vom FC Bayern München in die zweite Fußball-Bundesliga? Natürlich war es nicht der einfachste Schritt, weil man einfach in München viele gute und tolle Jahre hatte und auch viel gespielt hat, obwohl man jetzt damit nicht gerechnet hat am Anfang. Aber ich wollte einfach den Schritt gehen, um wieder selber öfters auf dem Platz zu stehen, selber das Adrenalin zu spüren, einfach Woche für Woche zu spielen und die Aufgabe in Hamburg war einfach eine tolle Herausforderung. Wir wollen aufsteigen, wir wollen in die erste Liga und das ist unser Ziel und da wollte ich einfach mitmachen und wollte dem Verein helfen, dass wir wieder in die erste Liga aufsteigen. Ja, und auch eine grandiose Stadt nach Stuttgart, München, Hamburg. Wir haben wirklich nur die Sahnestädte in Deutschland ausgesucht. Ja, ich kann mich nicht beschweren, was ich jetzt an den Städten so erleben durfte. Aber Stuttgart ist immer meine Heimat und wird auch immer meine Heimat bleiben, aber ich muss schon sagen, München hat mir sehr gut gefallen und die ersten Eindrücke von den letzten Wochen aus Hamburg, muss man auch sagen, ist eine sehr, sehr schöne Stadt und ich freue mich auf die nächsten Jahre dort in Hamburg die Stadt noch ein bisschen besser kennen zu lernen, hoffentlich. Die Chance ist auf jeden Fall greifbar, um auch in die erste Liga zurückzukehren für den Dino, für den Hamburger SV. Es ist sicherlich alles darauf ausgerichtet oder auch in der kommenden Saison wieder in der ersten Liga zu sein? Natürlich, in der zweiten Liga bekommt man nichts geschenkt. Das ist eine verrückte Liga, wo es verrückte Ergebnisse gibt und wir haben viel, viel Potenzial in der Truppe, haben eine junge Truppe, wo natürlich auch noch Fehler passieren, aber klar ist, dass so ein Verein wie der Hamburger SV in die erste Liga gehört und daran arbeiten wir, daran möchten wir alles setzen und in den nächsten Wochen und Monate müssen wir da zeigen und aber klar wollen wir in die erste Liga. Natürlich hat man als Leistungssportler bei jedem Wettkampf ein Stück weit Adrenalin, aber so das Peak wird wahrscheinlich auch im Moment gerade ein bisschen verloren gegangen sein, weil wenn keine 60.000 im Stadion sind, die einen begrüßen, wenn man reinläuft bzw. die jubeln mit einem, wenn man gewinnt, fällt wahrscheinlich schon etwas, oder? Ja, natürlich. Die Emotionen im Fußball sind einfach unheimlich wichtig und man merkt jetzt gerade in dieser Phase, wie sehr die Fans fehlen, wie sehr die Zuschauer fehlen, einfach um Tore zu feiern, um auch als Torhüter, wenn man einen Ball hält, einfach mal von außen ein positives Feedback bekommt und das ist einfach, was fehlt und da fehlt vielleicht auch ein Tick Adrenalin, aber wir müssen alle das Beste draus machen und wir sind in der Situation, dass wir spielen dürfen und da freuen wir uns drüber, aber natürlich mit Zuschauern wäre das alles viel, viel schöner. Ja, der Adrenalinkick, das ist das, was auch unserem nächsten Gast, gerade auch in der Verbindung mit den Zuschauern, wirklich auch immer nochmal zum neuen Level verholfen hat in seiner Karriere und dieses Level wird er im nächsten Jahr in seiner alten Heimat wieder dann auch zeigen wollen, aber zunächst ist er noch hier als Torhüter des TVB Stuttgart. Wir freuen uns auf Jogi Bitter. Frühlingsgefühle. Die Vöglein terrilieren. Äh, Moment mal, das ist doch der falsche Film, oder? Na, der Ton stimmt. Der kommt aber nicht von frischen Frühlingswiesen, sondern aus der Sporthalle. Mit unseren beiden Talkgästen fahren wir dieses Mal nämlich einen echten Torhüter-Clash. Dass das noch keiner erwähnt hat. Jedenfalls ist es auch der Job von Jogi Bitter, das Runde aus dem Eckigen fernzuhalten. Im Handball. Der über zwei Meter große Kerl hat mit seinen 38 Jahren schon einige Handballjahre auf dem Buckel. Neun davon beim Hamburger SV, bis der 2016 insolvent ging. Gut für die schwäbischen Kollegen, denn so haben sie das Vergnügen, mit dem einstigen Weltmeister das Spielfeld zu teilen. Neben seinen x Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften hat sich übrigens auch der Handballtorwart einen ansehnlichen Preis verdient. Das silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung in ganz Deutschland. Da frage ich mich, wie wohl die Pokalschränke von Jogi und Ulle aussehen müssen? Handschuh und Lorbeerblatt haben bestimmt einen Ehrenplatz. Aber da geht doch noch mehr. Ja, herzlich willkommen, Jogi Bitter. Grüß Gott. Ich glaube, wunderbar. Der eine sagt Moin, der andere grüß Gott. Aber bald sagst du auch wieder Moin. Vor ein paar Tagen ist es bekannt gegeben worden, du gehst zurück in die alte Heimat. Die Liebe hat wieder zugeschlagen zu Hamburg, oder? Ja, ich habe immer gesagt, dass ich sehr, sehr gerne wieder in die Heimat möchte und wir natürlich jahrelang auch darüber gesprochen haben, wann das möglich wird. Jetzt sieht es so aus, dass auch da eine große Chance besteht, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Aber trotzdem ist für mich klar, dass das nicht das Wichtigste ist, sondern ich wollte wieder zurück. Ich wollte wieder in die Heimat, hatte viele schöne Jahre hier in Stuttgart und jetzt geht wieder was Neues los. Trotz wäre eigentlich ziemlich genial 2021, wenn beide Hamburger Vereine gemeinsam den Weg zurück in die erste Liga finden würden. Hast du ab und zu mal einen Blick zum Fußball gehabt, als du jetzt viele Jahre in Hamburg gespielt hast? Ja, auf jeden Fall. Also früher gab es da eine relativ enge Verbindung zwischen den beiden HSV-Clubs. Jetzt ist es ein bisschen auseinandergegangen. Der HSV-Handball ist ein bisschen was anderes jetzt, aber trotzdem spielt man hoffentlich bald wieder sehr eng nebeneinander und dann wäre das doch schön, wenn wir uns gegenseitig besuchen können. Ja, ich würde sagen, wenn die Torhüter jetzt so eine enge Verbindung haben aus einer gemeinsamen Academy-Talk-Sendung. Jogi, die Zeit beim TVB Stuttgart war auch eine sehr intensive Zeit. Du hast dich in die Herzen der Fans gespielt, jetzt in den fünfeinhalb Jahren. Wenn man schon so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt oder eine kleine Bilanz zieht, wie ordnest du das selber ein, deine Zeit hier beim TVB? Ja, erst mal muss ich sagen, ist es mir noch ein bisschen zu früh, um jetzt Lebewohl zu sagen oder Auf Wiedersehen oder Tschüss, wie auch immer. Ade. Ade. Es gab schon viele Gespräche in den letzten Wochen, wo ich natürlich auch dann mit engen Vertrauten besprochen habe, dass ich gehen werde. Und das war schon ein bisschen zu viel eigentlich jetzt so für den Moment. Es war sehr emotional schon. Ja, wir wollen noch ein paar gute Spiele machen. Wir wollen die beste TVB-Saison aller Zeiten erreichen. Das ist klar. Das muss das Ziel sein. Und dann gehe ich zurück. Und ja, ich werde das immer in eine tolle Erinnerung behalten hier, die Zeit, weil es mich auch irgendwie geprägt hat. Ich bin hierher gekommen mit dem Wunsch, was zu erreichen, was mitzugestalten. Das durfte ich hier, den Abstieg verhindern und dann einen Klub mit aufzubauen. War eine wunderschöne Chance. Und jetzt die laufende Saison leider ohne Zuschauer, ohne dieses Zusammenspiel. Torhüter mit den Emotionen der Fans. Du bist ja auch jemand, für den das ganz, ganz wichtig ist, du drehst dich rum zu den Zuschauern, zu den Fans, pushst sie nochmal, versuchst dann auch ein rhythmisches Klatschen dann auch zu animieren. Wie schwer ist sowas, auch sich umzustellen? Weil man hat immer den Eindruck, du brauchst es auch so für dein Spiel, um dich zu pushen. Ja, ihr kennt mich alle schon gut. Also ich brauch das auf jeden Fall. Und es war für mich tatsächlich eine kleine Überraschung, wie schnell diese Umstellung dann am Ende auch ging. Dass wir uns dann auch die Bank fokussiert haben, auf die paar Leute, die in der Halle sind, dass man da das Feedback bekommt. Aber insgesamt ist es natürlich viel, viel schöner vor Publikum zu spielen. Und ich gebe dir hoffentlich auf, dass wir noch ein paar Spiele haben. Und ob der Profisport systemrelevant ist, das wollen wir mit Jogi Bitter und Sven Ulreich gleich nach der Pause besprechen. Bleiben Sie dran beim Academy Talk hier aus der OneInvest Academy. Gemeinsam, außergewöhnlich erfolgreich, Zukunft gestalten. OneInvest. Herzlich willkommen zurück zum Academy Talk hier aus der OneInvest Academy. Ist der Profisport systemrelevant? Das besprechen wir mit unseren heutigen Gästen. Mit Jogi Bitter, dem Weltmeister von 2007 und Torwart des TVB Stuttgart und mit Sven Ulreich, dem Fußball Champions League Sieger 2020 und Torwart des Hamburger SV. Sven, es war auch eine richtige Bubble, die ihr hattet in Lissabon beim Champions League Finalturnier. Wie war das für euch, dort dieses Turnier auszutragen? Ja, es war natürlich was anderes, weil die Zuschauer nicht da waren, die Emotionen nicht so da waren, wie es sonst gewohnt ist, gerade bei einem Finale. Aber es war auch eine schöne Zeit. Wir hatten zwei Wochen, wo wir als Mannschaft zusammen waren. Die Spiele waren jeden dritten Tag. Es war so wie ein Turnier, wie eine EM oder WM. Und deswegen war das eine tolle Zeit. Und ich werde immer an die Zeit zurückerinnern mit tollen Erinnerungen, weil es einfach wirklich eine klasse Zeit war. Und klar, die Zuschauer und die Emotionen haben in dem Moment natürlich gefehlt. Als die Bundesliga wieder aufgenommen wurde, nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr, da gab es viele Diskussionen. Mensch, die Profifußballer machen wieder einen extra Würstchen. Die Handballer, die haben die Saison abgebrochen. Bei euch wurde weitergespielt. Wie hast du das für dich empfunden? Als fair? Als nachvollziehbar? Oder hättest du es auch verstanden, wenn man gesagt hätte, nee, auch wir Fußballer spielen nicht? Ja, ich habe es schon als nachvollziehbar empfunden, dass natürlich kritische Stimmen kamen. Auch wäre es für mich okay gewesen, wenn es geheißen hätte, wir dürfen nicht spielen. Aber ich glaube, die DFL hat ein super Hygienekonzept vorgelegt, hat als erste Sportorganisation das einfach gut gemanagt. Und die Mannschaften haben viel investiert, um das auch umzusetzen. Und ich glaube, wir können froh sein. Es ist ein Privileg, dass wir spielen dürfen. Aber wir können froh sein, dass die Mannschaften das auch so umsetzen. Und wir haben kaum Fälle in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga. Und deswegen, das spricht für sich. Und deswegen glaube ich auch, dass das für die Leute, die Fußball gerne schauen, auch ein bisschen Normalität ist. Und wir sollten da einfach froh sein, dass egal welcher Sport, ob Handball oder Fußball oder Wintersport, dass wir da den Menschen ein Stück weit auch ein Lächeln wieder aufs Gesicht zaubern können und ein bisschen Normalität in den Alltag zurückbringen können. Jürgen, wie hast du das empfunden, als die Handball-Bundesliga abgesagt wurde, Fußball aber weitergespielt wurde? Fandest du das fair? Also ich habe es verstanden, weil die DFL hat natürlich andere Möglichkeiten noch gehabt, damals auch schnell dieses Hygienekonzept aus dem Boden zu stampfen, in Anführungsstrichen. Die Chance hatten wir so nicht. Und es war auch nicht wirklich klar, wie es jetzt weitergeht. Und ja, beim Fußball, sage ich mal, spielen wir noch in anderen Sphären, auch was das Finanzielle angeht. Wir hatten die Chance, im Handball relativ viel über Staatshilfen dann auch aufzufangen. Natürlich haben wir alle Spieler, alle, die bei den Vereinen, bei den Gesellschaften angestellt sind, viel verzichtet. Aber es war irgendwie alles, es hat alles funktioniert bis jetzt. Und wir sind damit gut in den Sommer gekommen. Und natürlich sind wir total froh und wissen, dieses Privileg zu schätzen, dass wir auch jetzt dann in der neuen Saison wieder spielen dürfen. Privileg war es sicherlich auch, eine Handball-Weltmeisterschaft dann auszutragen. Gerade in so Zeiten gab es ja auch ganz, ganz viel Diskussionen, auch im Vorfeld. Teamkollegen von dir haben gesagt, nee, das ist mir zu gefährlich. Ich möchte das nicht machen. Du bist auch Papa von drei Kindern, hast aber entschieden, du gehst den Schritt und fliegst mit nach Ägypten mit der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Jetzt auch rückblickend betrachtet, war es die richtige Entscheidung? Ja, also ich bereue da nichts. Also ich muss sagen, wir haben uns natürlich schwer getan. Wir haben viele digitale Konferenzen gehabt, wo wir auch mit dem ganzen Kader des DABs dann darüber gesprochen haben, wie kann das werden? Wie ist das Hygienekonzept? Was müssen wir noch nachfordern? Macht die IRF da alles richtig? Und da gab es verschiedenste Diskussionen und sehr kontroverse Diskussionen auch vorher. Da hat man ja auch gesehen, dass einige Spieler sich dazu entschieden haben, nicht mitzufahren. Aber das gesamte Team hat diese Entscheidung von Anfang an mitgetragen. Alle haben gesagt, jeder ist frei in der Entscheidung. Nationalmannschaft spielt man immer irgendwie ein bisschen freiwillig, auch wenn man irgendwie so ein bisschen Verpflichtungen gegenüber dem Verband und auch gegenüber Deutschland hat, dass die besten Spieler da spielen. Aber in dieser Phase war das total nachvollziehbar. Und auch ich habe mir natürlich die Frage gestellt, fahre ich jetzt mit oder nicht? Ich wollte dieses Turnier spielen. Ich will natürlich auch mit Hinblick auf die Olympischen Spiele dabei sein. Und ja, meine Kinder sind so groß, dass sie jetzt nicht im Kindergarten sind, sondern schon in der Schule sind und ich natürlich auch aus Ägypten so ein bisschen Homeschooling mit begleiten konnte. Die digitalen Möglichkeiten gibt es ja. Und von daher war das alles okay, wie es jetzt gelaufen ist. Deine Kinder sind noch nicht in der Schule. Da ist zu Hause auch der Papa öfters mal noch gefordert. Ist es gerade für dich eher eine schöne Zeit, wenn du daran denkst, wie viel du auch mit deinen Kindern dann jetzt zusammen sein kannst? Oder ist es einfach auch eine große Umstellung zu dem, wie es davor war? Ja, natürlich. Erstmal die Kinder freuen sich, wenn der Papa öfters zu Hause ist und vermissen ihn dann schon, wenn er nur ein paar Stunden weg ist, was davor eigentlich normal war. Aber deswegen ist es eine schöne Zeit. Aber ich glaube, die meiste Zeit ist ja dann, wo meine Frau auf sie aufpasst. Die hat, glaube ich, das größere Päckchen zu tragen. Aber ich genieße die Zeit mit den Kindern, weil trotzdem die Tage kostbar sind. Gerade wenn sie so klein sind, da vergeht die Zeit so schnell. Und die Zeit muss man trotzdem, das ist ihre Kindheit, muss man gut mitnehmen und muss einfach das Beste draus machen. Und wir versuchen das tagtäglich. Aber manchmal ist es natürlich nicht einfach. Aber ich glaube, unsere Kinder gefällt es trotzdem auch im Lockdown. Jetzt bist du fünf Monate schon in Hamburg, aber so ganz viel konntest du von Hamburg noch gar nicht dann auch sehen. Also da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, Tipps weiterzugeben von Jogi, wo man auch mal mit Kindern unbedingt hingehen sollte. Das fällt natürlich wahrscheinlich schon, auch die Stadt ein bisschen zu beschnuppern. Ja, es ist natürlich nicht einfach, wenn man in der Zeit wechselt, wo gerade der Lockdown anfängt. Man kommt in eine neue Stadt, in eine tolle Stadt und möchte dann auch so ein bisschen die Stadt erkunden. Und dann fällt es erstmal weg, sitzt eigentlich nur in seiner Wohnung und fährt zum Training. Und das ist natürlich schon so eine gewisse Umstellung. Aber ich hoffe, dass es irgendwann der Moment kommt, wo wir dann auch wieder ganz normal auf die Straßen gehen dürfen und in Restaurants und Cafés und dann die Stadt auch erkunden können. Und darauf freuen wir uns jetzt schon. Und ich habe ja auch jetzt mit von Jogi schon gehört, dass es wirklich eine schöne Stadt ist und auch von vielen anderen. Und deswegen freue ich mich darauf. Und er kann sich ja jetzt freuen, denn die schöne Zeit, die kommt ja jetzt erst. Er hat ja jetzt den Herbst und den Winter erlebt in Hamburg. Und wie schön ist es im Frühling und im Sommer, oder? Natürlich. Wir wissen alle, wenn in Hamburg die Sonne scheint, ist es die schönste Stadt der Welt. Und da das ja nun 180 Tage im Jahr der Fall ist, steht uns einiges bevor, im positiven Sinne. Und ich habe gehört, es gibt sogar mehr Sonnentage als in München. Die Statistik, wer auch immer die erstellt hat, wahrscheinlich ein Hamburger. Ja, mag sein. Lass uns nochmal zurück zu unserem Thema kommen. Jogi, hast du denn auch kritische Stimmen gehört aus deinem Umfeld, die gesagt haben, Mensch, für euch wird immer eine Extrawurst gemacht. Die Profisportler, egal ob jetzt Fußballer, Handballer, ob jetzt Wintersportler, ihr dürft euren Sport ausüben. Aber beispielsweise ich als Künstler darf nicht auf meine Bühne. Ich darf keine Zuschauer haben. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, quasi in irgendeiner Form gestreamt erfolgreich zu sein, so wie das jetzt bei euch mit den Live-Übertragungen, zumindest auch im TV ist. Kennst du diese kritischen Stimmen? Auf jeden Fall. Ich bin ja auch froh darüber, dass man auch mir gegenüber so kritisch ist, weil es wäre ja schlimm, wenn deine Freunde zu dir sagen, ist ja alles gut, was du machst, und hintenrum dann anders reden. Also ich habe Freunde, die auch in der Gastronomie arbeiten, Restaurants besitzen oder betreiben. Und für die ist das natürlich alles nicht nachvollziehbar, dass sie auch sagen, wir haben ein perfekt funktionierendes Hygienekonzept. Wir haben das auch natürlich im Sommer was leichter, im Herbst auch noch. Jetzt im Winter kriegen wir das aber auch, denn wir wollen ja nur mit 20, 30 Prozent Auslastung die Restaurants fahren. Das sind Sachen, die auch ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Und natürlich stecke ich dann vielleicht im Detail nicht so tief drin, wie unsere Politiker, die das am Ende dann auch entscheiden. Und ich habe höchsten Respekt vor diesen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Aber klar, diese kritischen Stimmen gibt es und dass natürlich da auf den Sport manchmal ein bisschen herabgeschaut wird oder da auch, dass nicht jeder gut findet, dass wir diese Privilegien haben, ist vollkommen klar. Sonst gibt es jetzt ja gerade auch die Diskussion beispielsweise um die Sportlerinnen und Sportler, die zu den Olympischen Spielen fahren werden oder wollen. Bei euch steht da die Olympia-Qualifikation vor der Tür, dass die vielleicht bevorzugt geimpft werden. Wie siehst du diese Diskussion, gerade was Leistungssportlerinnen und Leistungssportler anbelangt? Sollte man da eine Ausnahme machen oder ist es schon genug der Privilegien? Ja, ich weiß nicht, ob man da unbedingt eine Ausnahme machen sollte, weil es gibt wirklich Risikogruppen, die das viel dringender haben. Pflegepersonal, die tagtäglich an der Front für uns kämpfen, dass die Leute gesund bleiben und gesund werden. Ich glaube, da sollte man jetzt nicht groß die Ausnahme machen. Und ich weiß nicht, das Thema Impfen ist ein komplexes Thema und auch, wie Jogi schon sagt, die Politiker stecken da viel, viel mehr im Detail drin. Aber ich glaube, dass wir da einfach nicht wirklich bevorzugt behandelt werden sollten, sondern einfach so, wie wir dann auch dran sind, dann unsere Impfung bekommen. Aber jetzt nicht wirklich, dass wir da vorab schon geimpft werden. Okay, wenn er nur mit Impfung nach Tokio fliegen dürftet, was würdest du dazu sagen? Wenn das so wäre, dann müssten wir natürlich geimpft werden, das ist klar. Aber ich hatte das Glück, dass ich jetzt auch bei der Befragung vom DOSB dabei sein durfte und habe jetzt auch die Ergebnisse bekommen, wurden ja gerade auch vor kurzem dann veröffentlicht. 70 Prozent der Sportler haben gesagt, sie hätten nicht gerne das Privileg, vorher geimpft zu werden. Das finde ich eine total starke und klare Aussage. Du gehörst wahrscheinlich zu den 70 Prozent? Genau, ich habe auch gesagt, ich nehme natürlich gerne eine Impfung, aber es ist definitiv so, dass andere es viel dringender brauchen. Und in dem Fall ist der Sport dann nicht so systemrelevant, dass wir jetzt anderen Leuten die Impfung wegnehmen. Und wir wissen gerade, noch hakt es hier und da und ich freue mich, wenn das bis zum Sommer klappt und dass wir dann als Sportler, die Deutschland vertreten, auch dann am Ende geimpft werden können. Im Moment ist es aber noch in weiter Ferne. In Japan gibt es große Diskussionen nach wie vor über die Austragung der Olympischen Sommerspiele. Wie stark hoffst du, dass dein vielleicht letzter großer sportlicher Traum Olympische Sommerspiele tatsächlich stattfinden kann? Klar, mit dem Herz eines Sportlers hofft man das mit jeder Faser, das ist klar. Wir hatten die ganze Diskussion jetzt vor der WM schon. Da war ich natürlich auch über die Gewerkschaft stark involviert, wie das genau läuft auf europäischer und internationaler Ebene dann auch. Da waren wir froh, dass wir es auch hinbekommen haben, dass keine Zuschauer zugelassen wurden. Das war ein starkes Zeichen auch des Verbandes, dass man da die Sportler gehört hat und dann auch sichere Wettkämpfe austragen konnte. Ob das im Sommer genauso sein wird, wie das alles kommt, ich glaube, dazu sind wir noch einen Monat oder zwei zu früh dran, um das wirklich auch zu bewerten. Ich hoffe natürlich, dass man es sicher hinbekommt, wie auch die Handball-Weltmeisterschaft vielleicht als Beispiel gezeigt hat, dass es geht. Klar sind die Olympischen Spiele, es ist ein ganz anderer Rahmen nochmal, aber trotzdem hoffe ich, dass man es hinbekommt. Aber es darf nie die Gesundheit darunter leiden. Du hast gerade vorher gesagt, die Champions-League-Spiele damals in Lissabon, das Finalturnier ohne Zuschauer, hat sich so ein bisschen angefühlt wie einfach ein Turnier, weil es so viele Spiele dann auch waren. Würdest du das teilen, auch als Leistungssportler, lieber olympische Spiele ohne Zuschauer, aber sie finden statt, als die Diskussion sie ganz abzusagen? Ich glaube schon. Ich glaube, alle Sportler sind einfach Wettkampfstypen und wollen den Wettkampf und da ist dann natürlich, mit Zuschauern ist es immer am schönsten. Keine Frage, das steht außen vor, aber ich glaube, so olympische Spiele, gerade für Leute, wenn ich jetzt an Frank Stäbler denke, der kurz vor seinem Karriereende steht und einfach nur noch auf die olympischen Spiele erwartet, das sind einfach Momente, die man vielleicht nie wieder haben kann, wenn es jetzt nochmal verschoben wird. Deswegen bin ich da, ja, denke ich, wenn die Sportler so denken, dann, jeder Sportler denkt so, hauptsache den Wettkampf und die Erfolge dann auch feiern hoffentlich. Und deswegen glaube ich auch, olympische Spiele ohne Zuschauer wäre für die Sportler ein schönes Erlebnis. Die biologische Uhr tickt, 2024, Paris. Na, wer weiß. Wir haben eine schöne Rubrik und die wollen wir jetzt gerne auch mit Jogi Bitter und Sven Ulreich umsetzen. Eins aus drei. So, wir kommen zur Rubrik eins aus drei mit Jogi Bitter und Sven Ulreich. Und ich habe es relativ einfach gemacht. Ihr kriegt einfach die drei gleichen Begriffe, fast immer. Aber wir fangen mal an mit Jogi. Homeschooling, Zoo oder Sport machen? Oh, ja, Sport machen. Der Situation geschuldet gerade. Also Homeschooling ist sowieso, machen wir tagtäglich. Aber was wir ganz gut hinbekommen haben, auch aus Ägypten, konnte ich meinen Kindern pro Woche immer so ein kleines Video schicken mit allen. Fünf Nationalspieler haben immer eine Übung vorgemacht, von unserem Videomann zusammengeschnitten. Und dann durften sie jeden Morgen vor dem Homeschooling diese Stabi- und Mobi-Übungen und sowas machen. Und das haben die Kinder sehr gefeiert in Jugendsprache. Und von daher Sport machen. Schön. Homeschooling gibt es bei dir noch nicht? Nee, ich glaube. Home-Kindy? Nee, Home-Kindy. Den haben wir jeden Tag. Aber ich glaube, ein Zoobesuch mit den Kindern, mit der Familie ist etwas Schönes, würde ich jetzt dann auch bevorzugen. Hamburg hat ja einen tollen Hagenbecks Tierpark. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Golf, Darts oder Fitnessraum? Also ich nehme Golf. Ich spiele seit Jahren Golf und das ist einfach ein toller Sport. Super Ausgleich zum Fußball und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Zeit finde, auf den Golfplatz zu gehen. Golfschläge hast du auch schon ab und zu mal in der Hand gehabt, Jogi? Ja, definitiv. Also ich spiele auch liebend gerne Golf, auch wenn ich es immer nur einmal im Jahr zur Vorbereitung schaffe, wie hier beim TVB. Aber sie stehen im Keller. Und ich hoffe jetzt natürlich auch, dass ich in Hamburg mal ab und zu wieder auf den Platz kann, weniger reisen muss und ein paar Stunden im Flugzeug gegen den Golfplatz tauschen kann. So, und jetzt kommen wir zur dritten Kategorie und da gibt es einen kleinen Unterschied. Hamburg, Stuttgart oder Magdeburg? War das jetzt für mich? Das war jetzt für mich. Boah, das ist fies, das ist fies. Also ich habe mich in allen drei Städten mega wohl gefühlt, das muss ich einfach so sagen. Sie haben alle total unterschiedliche Qualitäten, aber da muss ich einfach nochmal eine Lanze für Magdeburg brechen. Ich glaube, dass Hamburg und Stuttgart weltbekannte Städte sind, ist klar. Aber Magdeburg war eine perfekte Zeit für mich, war auch der Start in eine dann doch relativ erfolgreiche Handballkarriere. Ich wurde dort ins kalte Wasser geschmissen und durfte spielen, durfte meine Fehler machen. Und die Stadt an sich berührt mich bis heute. Ich fühle mich da wohl, ich habe super viele Freunde immer noch da, wenn ich Zeit habe, fahre ich hin. Mein Patenkind lebt dort. Also Magdeburg ist eine geile Stadt und deshalb muss ich jetzt nochmal da so darauf hinweilen. Die Lanze für Magdeburg brechen. Und Magdeburg gibt es bei dir nicht in dieser Auswahl. Du kannst dir denken, was anstatt dessen kommt. Natürlich München, also Hamburg, Stuttgart oder München? Ja, wie Jogi schon gerade gesagt hat, ist auch bei mir eine sehr schwere Antwort, weil auch ich mich in allen drei Städten, also Hamburg jetzt noch nicht so lange, aber die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Und ich hoffe, da kommen noch sehr viele positive Eindrücke dazu. Aber Heimat bleibt immer Stuttgart und da fühle ich mich am wohlsten. Und da werde ich dann auch irgendwann mal, wenn ich dann nicht mehr Fußball spielen werde, auch wieder zurückkehren. Und da ist meine Heimat, das ist meine Familie und deswegen ist Stuttgart schon mein Favorite. Also prima, dann könnt ihr ja demnächst dann auch mal in Hamburg vielleicht euch auf ein Espresso treffen. Sven ist auch ein begeisterter Hobbybarista. Vielleicht gibt es ja mal einen Kaffee-Crash-Kurs dann auch bei Sven zu Hause. Oder vielleicht mal eine Golfrunde dann, wenn wir dann beide auf dem Golflotzen. Und Jogi bringt dann so einen guten Energy-Drink mit, war ja bei Höhle der Löwen. Wie läuft es, das zweite Standbein nach der Karriere? Ja, es läuft gut. Also wir sind natürlich auch ein bisschen angeschlagen durch die Corona-Krise, was jetzt nun jedes junge Unternehmen, glaube ich, von sich sagen kann, wenn es nicht gerade im digitalen Markt unterwegs ist. Aber wir geben alles. Wir haben unser zweites Produkt rausgebracht, jetzt Drink Better Union, was auch gut in diese Zeit passt. Ja, und wir haben 2021 als unser Jahr ausgemacht, wo wir ganz viel investieren wollen, wo wir richtig Gas geben wollen. Und natürlich versuchen wollen, diese Marke so groß zu machen, dass sie uns eher mal ernähren kann. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Fokus liegt auf Online-Marketing? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich diese Zweitplatzierung im Handel durch Höhle der Löwen, haben dort viele Erfahrungen sammeln dürfen. Haben gemerkt, wo es funktioniert, durften aber auch lernen, wo unser Produkt nicht funktioniert. Das ist auch ganz wichtig, diese Erfahrungen zu machen. Und von daher sind wir, glaube ich, im Online-Handel super gut aufgestellt und aufgehoben auch. Und da geben wir gerade alle Power, die wir haben, rein. Prima. Dann sagen wir schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt gibt es noch ein Geschenk von Michele Vulcano, dem Marketing- und PR-Chef von Wonevest, der zum einen Wonopoli überreicht und das Grundgesetz als Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Übrigens ein Hamburger Redakteur. Ja, klar. Ja, Raphael Brink hat das mit dabei. Ist das die Idee gewesen von ihm mit? Auf jeden Fall lohnt es sich da mal reinzuschauen. Gerade jetzt hat man ja vielleicht ab und zu mal Zeit. Und Monopoli, deine Kinder sind vielleicht noch ein bisschen zu klein dafür. Aber mit deinen Kindern kannst du es auf jeden Fall mal an einem schönen Abend spielen. Wo ist der Herr Monopoli? Geil. Prima. Jogi, herzlichen Dank. Sven, danke schön für den Besuch hier beim Academy Talk. Alles Gute für die Aufstiegspläne. Du kannst ja beim Aufstieg nur die Daumen drücken, was deinen neuen Klub anbelangt. Ja, was es nicht leichter macht. Ja, das macht es nicht leichter, wenn man nicht mithelfen kann. Sven kann aktiv mitwirken. Und Jogi, dir alles Gute jetzt auch für die letzten Spiele mit dem TVB Stuttgart. Und dann vor allem auch mit der Olympia-Qualifikation, mit der deutschen Handballnationalmannschaft, dass dieser Traum tatsächlich auch noch wahr wird. Und dann euch beiden auf eine gute Zeit, eine gemeinsame Zeit in Hamburg. Das war es vom Academy Talk. Ist der Profisport systemrelevant mit Sven Ullreich und Jogi Bitter. Vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.